Moinsinn! Heute gibt es mal ein Update-Video zu Assetto Corsa 1.9 und meine Gedanken nach ungefähr anderthalb Wochen dazu. Mehr erfährst du nach dem Intro. Nun ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und wir haben ein neues Update in ACC. Und boy oh boy, ich hatte wirklich ein Rollercoaster an Gefühlen. Von super schlechte Laune bis hin zu völlig abgehoben, super toll und alles geil. Und ich möchte dich kurz mit auf die Reise nehmen, warum und wieso und was ich davon eigentlich halte. Assetto Corsa 1.9 hat drei neue Fahrzeuge und eine neue Strecke. Es gibt jetzt den neuen Porsche 992, dann gibt es den neuen Lamborghini und es gibt einen neuen Ferrari und es gibt Valencia als neue Strecke. Was kann man dazu sagen? Valencia ist wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das war auch gleich in der Woche dran, also eine Woche danach dran bei LFM und ich bin ein paar Rennen gefahren. Es ist sehr, sehr schwer, dort wirklich zu fighten, weil die Strecke sehr eng ist und sehr technisch. Aber sie macht wirklich sehr viel Spaß und ist sehr, sehr gelungen. Bei den Autos würde ich sagen, hat für mich persönlich der Lamborghini die Nase ein bisschen vorne, weil der sich am rundesten fährt von allen dreien. Und beim Ferrari würde ich sagen, der macht richtig viel Bock. Der hat so ein richtig schönes Turbo-Pfeifen drin, was mich komplett abholt. Motorsound ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem ein sehr tolles Auto, wo aber die Reifen ein bisschen nachlassen, so nach den ersten 20 Minuten, je nachdem, wie man sie fährt. Also im neuen Update sollte man seine Reifen doch schonen und nicht voller Esse fahren. Also Qualifying noch logischerweise vollkommen in Ordnung, aber im Rennen sollte man sie ein bisschen schonen und nicht so viel ins ABS reingehen und auf der letzten Rille bremsen, weil das macht sich wirklich sehr schnell bemerkbar. Dazu wurden aber auch schon ein, zwei Kommentare von den Entwicklern losgelassen, dass wohl das Graining etwas sehr übertrieben ist und momentan wenig Lenken dagegen hilft. Da kommt aber noch ein Fix raus, also es wird noch sehr viel gepatcht. Beim Porsche, mit dem werde ich gar nicht warm, das ist überhaupt nicht mein Auto, das fühlt sich immer so ein bisschen an, als wenn der fliegt und hat nicht so wirklich viel Kontakt zu der Strecke. Muss aber dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Runden mit dem Auto gedreht. Ich glaube, es waren 20 oder 30 auf Valencia. Es fuhl sich rund, es fuhl sich schön, war aber sehr gewöhnungsbedürftig. Was kann man zu den anderen Autos bis dato sagen? Ich als alter BMW-Hecht bin natürlich BMW am Anfang gefahren und ich war wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so bleiben wird oder ob da nochmal ein Patch kommt, dass da nochmal ein bisschen was dran gemacht wird. Also beim BMW hat man wirklich das Gefühl, der schwebt über die Strecke. Also du lenkst halt in die Kurve ein und auf einmal ist die Vorderachse weg und du merkst schon noch ein bisschen was, aber es ist halt fort. Und du kommst damit nicht wirklich aus der Töpfe. Es gibt Menschen, die fahren damit super schnell und heute auf dem Nürburgring habe ich auch eine 153.8 gesehen mit dem BMW. Für mich ist das aber super schwer handelbar. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, um das ihr da draußen einen Vergleich habt, wenn ihr auf Fast fahrt, also Streckenkonditionen fahrst, dann habt ihr nicht wirklich viel Grip und es fühlt sich, naja, so ein bisschen rutschig an und man gleitet immer so durch die Kurven. Und das hat man beim BMW aktuell permanent. Also egal, ob das auf Optimum läuft, oder ob das auf Fast läuft. Der BMW fährt sich jetzt konstant, nonstop so. Und das ist super unangenehm. Er hat auch leider die Charakteristik verloren von einem Frontmotor. Er fährt sich momentan ein bisschen wie ein Mittelmotor, habe ich das Gefühl. Ich kann mich da natürlich auch täuschen. Wenn ihr ein anderes Gefühl habt, lasst mich das gerne mal wissen. Und damit habe ich wirklich angefangen und hatte sehr, sehr schlechte Laune. Weil ich bin sehr viel BMW gefahren und uns ist letzte Season auch ein Patch reingekommen. Und bei dem Patch war es leider nun auch so, dass wir den McLaren damals abgeben mussten oder wir sind den McLaren noch weitergefahren. Und der war damals schon sehr, naja, nicht mehr so schön handelbar. Und so ist es mit dem BMW auch gerade. Und deswegen war mein Zorn am Anfang unglaublich groß, weil ich mir gedacht habe, boah, bitte nicht schon wieder eine Season. Und wir fahren aktuell zwei liegen, wo wir schon in den Top 3 unterwegs sind. Das ist gerade sehr ärgerlich. Nun gut. Ich habe mich dann aber nochmal ein bisschen gefangen und habe mir gesagt, okay, wir gucken uns nochmal andere Autos an. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage, habe ich mehrere Autos getestet auf dem Nürburgring, weil ich mal gucken wollte, was so geht. Ich bin den Ferrari gefahren. Ich bin den Mercedes gefahren. Ich habe jetzt auch den McLaren gehabt. Ich bin den Lamborghini gefahren. Ich habe den Porsche gehabt. Ich bin den BMW gefahren. Morgen schaue ich mir nochmal den Essen an. Und ich muss wirklich sagen, dass sich alle Autos sehr, sehr gut anfühlen und ich auch das Update mit diesen Fahrzeugen sehr appreciaten kann. Also die ganze Reifenthematik, muss man sagen, ist ein bisschen abhängig vom Fahrzeug. Also ich persönlich finde zum Beispiel 26 Nuller Reifendrücke für das Qualifying sehr, sehr gut und so ein bisschen gegen 26 8 hin für das Rennen finde ich super. Und das ist auch eine der großen Änderungen, die mit dazu kam. Das Reifenmodell wurde geändert und wir haben jetzt noch ein PSI Fenster, was wir uns auswählen können. Und das finde ich super toll. Denn beim BMW damals bin ich schon immer gerne niedrigere Reifendrücke gefahren. Also so 23 3 und das fühlte sich immer besser an. Und so kann man sich das jetzt mittlerweile aussuchen. Wobei man dazu sagen soll, und das war auch ein Hinweis, hin zu 27er Reifendrücke ist halt die Haltbarkeit etwas höher. Ich bin jetzt auch schon mal an einem Rennen 23, äh 23 sag ich schon, entschuldige bitte, bin ich auch schon mal 26er Reifendrücke gefahren, so 26 2 und 3. Aber da merkt man wirklich sehr, sehr schnell, puh, die reißen die Grätsche hoch. Was mich jetzt aber komplett überrascht hat, ist der Rework vom AMG. Ich bin heute AMG gefahren und das ist aktuell mein persönliches schnellstes Auto. Ich bin Nürburgring gefahren und hatte heute auch schon eine 53 wieder im Delta. In der vorigen Season war meine schnellste Runde eine 53 3 und heute hatte ich eine 53 9 im Delta und fahre so im Schnitt könnte man sagen 54 1 bis 2. Der Lambo kam da sehr nah ran an diese Rundenzeiten. Der Ferrari kam auch sehr nah ran, wobei ich sagen muss, dass der Ferrari mit dem Setup, was ich gefahren bin, um diese Zeit zu erreichen, schon ein bisschen holprig wurde, so im Laufe der Zeit, trotzdem aber gut fahrbar war. Was kann man jetzt sagen zu dem Update? Ich denke, es ist noch nicht vollkommen. Ich vermute, dass noch sehr viele Patches kommen werden und dass dort einige Sachen angepasst werden. Denn ich denke nicht, dass das das finale Resultat ist, was sie uns liefern wollen. Was vollkommen fein ist. Ich habe mich da diesbezüglich mal ein bisschen mit Nils Naujux unterhalten und der hat mir das auch mal ein bisschen erklärt, wie das aussieht im Hintergrund. Und manchmal reden wir hier einfach nur von einem verrutschten Komma und dann laufen ein, zwei Dinge nicht mehr ganz so rund. Und ich vermute, dass sie dort demnächst noch mal was nachlegen werden. Also die Bob wird noch angepasst. Ich denke, bei den Reifen wird noch ein bisschen was gemacht. Und ich denke auch, dass bei den einzelnen Autos noch ein bisschen was angepasst wird. Ich persönlich bin dem Update mittlerweile positiver zugestimmt. Denn für mich hat der Mercedes alles rausgeholt, wo ich sage, ja, okay, das funktioniert wirklich. Es ist in Ordnung. Man kann noch super fahren. Reifenmodell ist prima. Man merkt, wenn man die Reifen schont. Man merkt, wenn man die Reifen richtig hart ran nimmt. Und das ist eine schöne Änderung, weil jetzt kannst du nämlich nicht mehr die ganze Zeit volles Brikett durchbraten, ohne dass die Reifen kaputt gehen. Also alles in allem würde ich dir empfehlen, das vielleicht mal auszuprobieren und mir unten in den Kommentaren reinschreiben, wie du das Update aktuell empfindest. Und probierst du gerade aktuell Autos aus? Und was ist dein Favorit, den du gerade hast? Dankeschön, dass du zugeguckt hast. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Lass es dir gut gehen. Bis den Dansen. Du, ist noch nicht vorbei. Vergiss mal nicht den Daumen und das Abo da zu lassen. Ob nur hoch oder runter, liegt ganz bei dir. Dankeschön für die Interaktion. Jetzt bin ich aber raus. Tschüss!